Hey Leute, was geht ab? Ich bin Ali und auf... ...Holala! ...diskutieren wir über die Gaming-Szene da draußen. Oh, was ist denn los, Rat und Häuser? By the way, werde ich mir in den nächsten Monaten eine neue Kamera zulegen. Und hier ist mein Let's-Player-Chill. Das heutige Thema ist... ...Minecraft. ...und... ...Minecraft. ...hatte in den vergangenen Monaten ja förmlich eine Explosion. Alle wollten auf einmal Minecraft spielen. Jeder zweite Let's-Player wollte Minecraft let's playen. Ich will Minecraft let's playen! Ich will auch Minecraft let's playen. Ich will nicht Minecraft let's playen. Waaas? Der abonniert ihn! Aber woran liegt es? Warum hat Minecraft so einen Erfolg? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass Minecraft viel Lego ist. Und jeder hat früher gern mit Lego gespielt. Gib's doch zu. Auch du hast gerne mit Lego gespielt. Man sammelt verschiedene Materialien und baut damit verschiedenste Gegenstände. Mit denen wiederum baut man noch größere Sachen, wie zum Beispiel Häuser, Minen, Flugzeuge, alles Mögliche. Was das Spiel auch ganz interessant macht, sind diese kleinen Wicher hier. Die nennt sich Krieger und können... ...explodieren. Oder mit vieles zerstören oder euch töten. Es gibt noch andere Monster, wie zum Beispiel Spinn, Skelette und Zombies. Mittlerweile spielen wirklich fast alle Minecraft, sogar die coolen Kids. Ist Schöne Jocke was von Minecraft auf Handy oder was? Hä? Wie das gibt's nicht auf Handy? Aber zu versichern ist es, dass Notch, der Macher von Minecraft, über Millionen damit verdient hat. Und das mit so einer Grafik. Ich finde, Minecraft ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass nur das Gameplay zählt und nicht die Grafik. Ich persönlich finde, dass die Spieleentwickler sich mal daran ein Beispiel nehmen sollten. Es geht heutzutage immer nur um Grafik, Grafik, Grafik. Und irgendwann sieht alles so aus. Was ist Realität? Was ist Spiel? Will ich jetzt in-game oder möchten-leben? Ich schöne Jockelkönig unterscheiden zwischen Realizismus und Virtualismus. Minecraft ist wie eine Sucht, die man nicht stoppen kann. Ich meine, selbst die Mädchen spielen das. Oh, schau mal, ich habe den Skin von Barbie. Es gibt Skins von Barbie? Whatever. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mir Minecraft auch gekauft habe. Und in den ersten drei Wochen saß ungefähr so aus. Voll lustig. Aber dann... Boring. Mhm. Auch dieses Spiel kann langweilig werden. Oh mein Gott! Trotzdem ist es ein immenser Erfolg! Und wer nicht meine Meinung ist, der bekommt! Au! Minecraft ist ein saugutes Spiel und deswegen bekommt es von mir ein... YAY! Okay, das war vielleicht ein bisschen sinnfrei. Warum habe ich kein Gesicht? Das war es erstmal von mir. Ich habe in der ersten Video heute euch gefallen. Wenn nicht, gibt's Bombe! Das tut wirklich weh. Bis zum nächsten Mal, euer Arjen!